Musik 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 Mei, es geht heute alles ein bisschen lausam. Ich bin verletzt, wie ihr seht. Mei, mein, mein, mein dußlicher Bruder, der Mami, der hat mich schon umgefahren, ne? Aber ich hab mich schon bestraft, mei. Boop, 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 boop. Na ja, auf jeden Fall erst mal herzlich willkommen ins Geburtstagstudio. Na ja, denn ich muss heute eine ganz, ganz besondere Frau gratulieren. Das ist die Christine. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Christine. Ich, ich find dich ganz toll, wollte ich dir schon immer mal sagen. Weil du immer so lieb zu mir bist, mei. Mei, ich, ich find dich wirklich ganz sehr toll. Und deswegen hab ich's mir überlegt, dass ich dich heute zu deinem Geburtstag zum Erlschäfchen-Fan nennen. Du bist sozusagen jetzt der, der Edelfan. Mei, Christine. Ich, ich wollt heute Abend damit zu deiner Feier kommen. Aber, ich bin sehr traurig früher. Aber ich bin aufgehalten worden. Ich, ich schaff's nicht mehr. Und ich sag mal so. Dein Debscher Bruder ist mit schon dran. Mei. Und zwar, na ja, also, ich will gar nicht mehr importieren. Ich sag einfach mal. Hallo. Das ist der Renata aus Minsk. Frau Renata. Dein Bruder haben gesagt, er lieben Renata. Haben gesagt, Renata, bleib bei ihm in Deutschland und er sorgen für Renata. Renata haben geglaubt und haben Liebe gemacht. Hier sehen, Renata hat einen Film gemacht. Sehen? 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 Die Deine Prüder haben genutzt und angelogen für Liebe! Sehen? 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 Ich habe ihn benutzt, Renata. So, jetzt reicht es aber. Jetzt haust du mal ab. Ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Der Bus nach Mensch, der steht schon draußen vor der Türe. Jetzt mach die Schirr vom Racker, Renata. Ich habe es jetzt. Sack, los, raus hier. Los. Wusch. So, meine liebe Christine. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht trotzdem bald mal. Also feiern wir auch schön. Ich denke an dich. Go see you. Tschüss.